Ah, gut. Coil, ach du Scheiße. Uninsulated Copper Cable. Also, was brauch ich davon? 3x8 sind 24. Also, 24. Birkensetzling hast du gesagt, soll man verwenden, ne? Das wär sinnvoll. Äh, ja, was ist das? Copperohr. Makarator. Ach, da hab ich noch Brushed Iron. Hm, ne Chest. Gut. Mal hier noch 4 rein. So, Edit Baum. Äh, A gleich 1, Y gleich 0, 9, 9, 9, 9. Abstand 5. Anzahl Bäume. Kannst du verändern, ach so. Äh, ja. Wofür ist A, Y, X und Z? Äh, X, Y, Z ist sinnlos. Außer Y, Y tut die Höhe messer. A ist einfach bloß die Laufvariable. Ich muss ja irgendwas eingeben. Irgendwas. Okay. Abstand 5. Äh, beginnt er dann 5 Blöcke von sich weit entfernt den ersten Baum zu suchen, oder? Okay, 5, Anzahl der Bäume, ja, machen wir auch mal 4. Okay, ja. Ne, wir haben nur 3. Verdammt. Wir müssen bloß in 16. Slot, äh. Jetzt muss man nur in 16. Slot reinlegen. Enter? Ne, wie save ich das? Äh, Steuerung und dann auf save klicken. Ach, save. Basic Machine Frame. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann links neben sich, ne? Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauch Eis, merk ich gerade. 1, 2, 3, 4, 5. Toll, das ist schon in der Wüste. 2, 3, 4, 5. Äh, Anzahl der Bäume ist frei. Toolbox, Bronze. Was, man braucht dazu Bronzeplatte? Ach, du Scheiße. Hast du überhaupt noch Bronze hier irgendwo? Ah, Crush. Ah, frisst er. Ah, irgendwo brauch ich doch noch Bone Meal zum testen. Bronze Dust. Oh, ich hab hier doch Bone Meal irgendwo drinnen. Bin ich mir fast sicher. Bone Meal. Ja, Bone Meal. Brauchst du ein blödes Overclocker-Upgrade, wo schlaf ich ein? Und hier geht das ja nicht weiter. Ja, Kohle, genau. Braucht er auch noch? Da, 3 Kohle. So, ah, Eisen hab ich jetzt genug. Für ein Machine Frame. Ich guck gleich mal mein Query nach. Welchen Slot im 16, ne? Äh, für den ganz unten rechts. Yo. Machine Frame? Äh, refuelt er automatisch oder muss ich erst machen? Äh, macht's lieber erst mal. Einmal machen, unter Recht. Du musst da dann eigentlich selbst hinkriegen. Exit. Oh, diese blöden Bronze-Dinger. Re-fuel. Ah, Re-fuel. Bronze-Dinger, also brauche ich Tino. Re-fuel 2. Baum. Wie viel brauche ich jetzt zuvor? Es lebt. Es lebt. Es lebt. Oh my God, wie es lebt. Wie lange wartet der da jetzt? Ein paar Minuten, ne? Äh, ja. Warum renne ich hier jetzt rüber? Hier hin? Electric Ferments. Gut, dann kann ich den Baum hier mal abpacken. Warte, was brauche ich jetzt? Oh nein, ich brauche jetzt nur so'n blöde... Nein, oder? Nicht wirklich jetzt so'n blöde. Wie heißt... Wie heißt das Teil Nummer 4? Cross-Hammer, oder? Da-da-da-da, ja. Fünf Eisen und zwei Sticks. Hammer, hier. Forge-Hammer, achso. Fünf Eisen und zwei Sticks. Oh Gott, du hast genug. Du, den brauche ich nie wieder, dann. Was wollte ich denn jetzt nochmal machen? Genau, der Metal-Former. Oh, das Schwierige wird... Oh nein, eine Chest. Wird ja sehr schwer. Ich kann nur eine Chest machen. So, nehme ich mal ein bisschen Erde mit. Ja. Äh, dann... Steuerung T. Terminator. Achso, davon hätte ich plus fünf gebraucht. Egal. Habe ich halt ein bisschen Brause verschwendet. So, edit Baum. Dann machen wir Abstand auf vier. Achso. Juhu, ich habe eine Rolling Machine gleich. Anzahl der Bäume machen wir mal... Fünf. Save. Dann kann ich eine Toolbox nicht reinlegen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Äh. Eierenblatt. Noch einen. Äh, was... Eins, zwei, drei, vier. Ach, perfekt. Hast du zufällig noch Rubber? Äh, ja. In meinem Extractor. Nimm dir raus. Ah, ich habe ein Kupferkabel. Nee, ich brauche selbst bloß ein bisschen... Hoppa. Wunderschön, ja. Äh, dann mache ich beim Forge immer irgendwas noch. Ach, ich bin jetzt noch mit dem Energie 10.000, ja, gut, das reicht. Ja, es ist weg, weg. So. Also das sieht hier ganz natürlich aus, muss man sagen. In deinem Extractor, warte, da habe ich das sicherlich auch noch ein bisschen. Vom Impressor, Messerator, Extractor, Scheiße. Ich habe jetzt aber blöderweise... Die Kiste ist schon wieder auf. Ich habe blöderweise keine Lust, zu dir rüber zu rennen jetzt. Ja, wie viel brauchst du? Äh, fünf. Also, drei, vier, fünf. Oh Gott, ich hau übern Stack. Ich hau jetzt mal alles, was unnötig ist, hier raus. Oh Gott, was ist das denn hier für ein Baum, Alter. Äh, meinst du, Treecap Tater funktioniert auch mit, äh, einer Kettensäge? Äh, möglicherweise. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Danke. Du darfst sie sogar bei mir aufladen. Was? Kettensäge. Ich habe noch keine. Ah. Hättest du eventuell ein bisschen Bonemail? Äh, nö. Ja, ja, das sagst du. Aber ich habe einen Metal-Former. Ich weiß nicht, ob ich einen habe. Ah. Ja, kannst du haben. Ich habe jetzt den Kompressor noch nicht angeschlossen. Ah, der erste Baum ist dadurch gewachsen. Und auch Fackeln wären sicher nice dafür. Ha. Ich bin doch wirklich ein Idiot, oder? Ja, so. Hallo, was? Unnötig viel Kabel verbraucht. Och Mann, das habe ich. Ich brauche auf jeden Fall jetzt dieses komische Ding da. Wie heißt es? Ja, keine Ahnung. Was kann man jetzt in der Metal-Former hier alles machen? Diese, äh, Tint-Cans, oder so. Ah, ja, hier. Tint-Cans. Wie, wieso? Industrial Credit kann man auch machen. Ach, man kriegt mehr Kabel raus. Und der bringt was? Oh Gott, es ist dunkel. Warum ist es hier dunkel? Oh Gott, alter hat es jetzt gelaggt. Ja, du leckst ein bisschen. Nein, Internet-Spaktrum. Ja, äh, da, ja, könnte man jetzt sein, ja. Hm, das kann ich, nur es ist da jetzt. Ich meine, behaupte. Weil du zu 8 zu mir eine schlechte Verbindung hast. Mal gucken, wie steht es so mit dem... Ja, aber du hast auch zu mir eine schlechte Verbindung. Ja, das kommt dann so. Also, unser Query ist noch überhaupt nicht weit. So, mein... Egal, wenn nicht, werden wir die Stimmen irgendwie ein bisschen umschneiden. Ach, passt schon. Ja, jetzt geht's wieder. Gut, was wollte ich jetzt noch machen? Genau, Birkenholz farme ich jetzt nicht ab. Ich brauche Eisen. Kein Eisen. Kein Eisen. Kein Eisen. Ähm, noch einmal Eisen. Fünf Eisen habe ich, juhu. Wow. RE-Batterie. Insulated Tin-Cable. Aber weißt du, was ich vermutung habe? Die Turtles sind effizienter als die, äh, Ferry. Ja, das glaube ich auch. Was die Query denn wieder sinnlos macht. Äh, Extruding, genau. Auf, los, aus einem Tin in God kriegen wir jetzt... ...drei Tin-Cable. Hey. Ah nein, nicht wieder zurück in die Hunde. Ich brauche Holz. Ich verwasche diese komische... ...Dri-Tap. Äh. Hm? Ah, da ist er gelacht. Ja, die Query war da gerade sichtbar. Oder funktioniert dein Haus jetzt auf einmal? Ja, ja. Es funktioniert. Weil es jetzt Wände hat. Stell dir mal vor. Zwei noch mal da rein. Wir müssen auf jeden Fall... ...die Sachen hier frei kriegen. Los Bäume, wachst. Wächst, wachst. Irgendwas. Ah. Zurückgebockt. Ich hab ein Skeleth gehört, das ist gut. Warum soll das gut sein? Weil ich... ...Bornmeel haben will. Ah. Meine Baumfarm aus... ...zuprobieren. Meine, die ich selbst gekodet hab. Und alles mögliche. Also der Electric Furnace funktioniert gut. Extractor hier. Energie... Warum hast du eigentlich das Creeperloch offen gelassen, was du mal gemacht hast? Das ist nicht offen gelassen. Doch, ich hab... Ich mach doch grad dazu. Ah, das war... Ah, bei dir das Creeperloch. Ja, das ist ja was anderes. Ja, das ist was anderes. Inwiefern? Also jetzt brauch ich jetzt hier ein paar... Baue ich mir jetzt mal ein paar Overclocker-Upgrades. Äh... Nein, 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 nein! Oh, komm, Alter. Leck mich doch im Arsch. Das war bei mir... Nein! Wo war das? Bei mir. Ah, das war... Okay, dann geh ich nicht helfen. Oh, mein Gott, Alter. Drei Herzen. Äh, irgendwas wollte ich jetzt noch bauen. Genau. Tin bauen. Tin habe ich zum Glück genug. Na gut, wie muss ich jetzt den Metalformer dafür erstellen? Metalformer? Rolling. Rolling, so. Na gut, wie viel brauche ich jetzt davon? Vier Platten. Das ist auch noch mehr Erde. Das ist noch elf. Dann habe ich das schon mal. Dann brauche ich eine Wasserzelle. Was? Was? Was machst du denn du dir? Doch, noch eins. Äh, das sage ich dir dann danach. Mein Gott, kampf der Skelette. Die greifen sich gegenseitig an. Okay, also das, äh, mit dem Tree-Tap da rangehen ist wesentlich effizienter als... Oh, nein. Also nur abholzen. Glaube ich dir. Crushed hier. Oh nein, mach doch nicht mein Feld kaputt. Die dummen Schwasten. Ich komme mal zu dir ein bisschen. Geil, der hat eine Karotte droppen gelassen. Ein Skelett. Und... Oh, oh, Creeper. Oh, sechs Bones. Oh, juhu. Was ist denn das? Federn und das Snake. Oh, ich gehe mal zu dir. Und hier kriegst du ein Spider-Ei. Den Müll und den Müll. Und Schluss. Oh mein Gott. Gott hat gesagt, es soll nicht mehr regnen. Zumindest habe ich jetzt gesagt, hör auf. Ja, okay. Da liegen noch, äh... Warum regnet es immer? Keine Ahnung. Finde ich auch komisch. Ähm. Habe ich eigentlich den Timer gestartet? Warum läuft die Turtle an den Bäumen vorbei und holzt die nicht ab? Juhu, hast du einen Timer gestartet? Ja. Gut. Wir sind bei 35 Minuten und die Turtle ist scheiße. Ja, das weiß ich. Die holzt halt nicht ab. Die läuft da einfach dran vorbei, dreht hin und läuft dann einfach weiter. Ha. Warum kommt da jetzt keine Energie mehr? Ah, man sollte vielleicht... Oh, ich hole ja jetzt mal hier ein bisschen Kohle. Das Teil frisst Kohle wie die Sau. Ähm, der macht das nicht. Kannst du mir sagen, warum der das nicht macht? Was? Ja, das abholzen. Function Locktree. Turtle Set, äh? Warte. Turtle Forward. Ach, das geht auch mit einem Wasserbucket. Ah, ich mach mir mal einen Eimer. Da hast du zufällig einen Eimer. Ah, der braucht ja noch die Saplings, oder? Äh, in welches Schlot müssen die Saplings? Äh, in den 15. Also, der zweite von unten rechts. Gut, jetzt kann ich mir hier mal ein paar Zellen machen. Okay, und save. Gut. Exit. Baum. Eine war... Oh. Oh, die Turtle macht nicht das, was das machen soll. Ey, cool, dieser Auto... Table, oder was das ist.